Hast du dir schon mal überlegt, ob du ein Sternengeborener bist, ein Sternenkind? Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du da bist. Ja, diese Frage beschäftigt doch einige Menschen. Und ich wurde auch in letzter Zeit oft gefragt von meinen Klienten, ob sie ein Sternengeborener wären. Und deswegen habe ich mich jetzt mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und ja, es ist wichtig, dass wir mal darüber sprechen. Denn die Sternengeborenen, die haben es wirklich nicht so leicht auf der Erde. Das heißt, sie sind oft traurig. Sie möchten gar nicht auf der Erde sein. Und sie sind lieber, ich sage mal, auf den Sternen. Und sie fühlen sich auch nicht so zugehörig hier auf der Erde. Also ihnen ist das alles zu viel, was hier so geschieht und sind auch oft traurig. Ja, und wenn du jetzt in dir fühlst, dass du auch in Resonanz gehst mit dem, was ich jetzt hier sage, dann könnte es sein, dass du auch ein Sternengeborener bist. Die Sternengeborenen sind sehr sensibel, sehr feinfühlig. Und sie sind erst ganz kurz auf der Erde. Sie sind noch nicht lange hier. Und sie sind aber hier, um der Erde und den Menschen zu helfen, um sie zu unterstützen, um uns alle hier zu unterstützen. Das ist eine ganz große Aufgabe. Und sie sind auch eng mit dem Sonnenlicht verbunden. Also wenn du jetzt die Sonne sehr gerne hast und spürst, wie die Sonne dich mit Energie auflädt, wie du da aufgehst und ganz freudig wirst, kann das auch ein Hinweis sein, dass du tatsächlich ein Sternengeborener bist. Und wenn du dann noch helle Augen hast, dann kommen wir immer näher dazu, dass man sagen könnte, ja, wahrscheinlich bist du auch so jemand. Also die hellen Augen, das hängt mit der Sonne zusammen, mit der Lichtaufnahme. Weil die Sternengeborenen, die brauchen einfach Licht, ganz viel Sonnenlicht. Und die sind dann jetzt in der dunkleren Jahreszeit, ja, haben das schwer. Ja, die sind also da auch so ein bisschen extra noch trauriger. Ich habe euch jetzt wegen den Sternengeborenen da hinten so einen tollen Hintergrund extra ausgesucht, wo man so viele Sterne sucht. Sterne sieht, meine ich. Und ich glaube, als Sternengeborener hat man so eine große Sehnsucht auch immer zu verschiedenen Sternen, zu den Plejaden, ja, oder zur Venus oder zu Arcturus. Da hat man so eine ganz besondere, eine Beziehung zu bestimmten Planeten und Sternen aus dem Universum und fühlt sich da so richtig angezogen. Und das auch wiederum ist ein Indiz, was sagt, ja, das wahrscheinlich, wahrscheinlich bist du da jemand, ein Sternengeborener. Und das sind also alles so Details. Und wenn die jetzt alle zusammen bei dir zutreffen, wenn du bei jedem Punkt, was ich jetzt so aufgezählt habe, wenn du da ja sagen würdest, wenn du sagst, ja, ja, das fühle ich, das bin ich, das ich fühle genauso, ja, dann ist es tatsächlich ein Indiz, dass du da dazugehörst. Wir werden auch noch ein Channeling machen, um uns da noch genauer zu erkennen, um herauszubekommen, diejenigen unter euch, die sich noch unsicher sind, einfach das Gefühl zu bekommen, bin ich jetzt ein Sternengeborener oder nicht. Aber ich habe auch noch einen ganz tollen Tipp für euch alle, denn gerade weil es so schwer für euch ist auf der Erde, wie man sich das Leben so ein bisschen angenehmer machen könnte, das ist eine sehr gute Erdung zu haben. Weil gerade die Sternengeborenen, die sind ja noch viel mehr mit dem Universum verbunden und brauchen noch eine intensivere Erdung als andere Menschen, weil sie sonst abheben würden, kann man jetzt einfach mal so sagen, weil sie buchstäblich abheben würden. Und das ist nicht gut, da fühlt man sich also total schlecht und aus der Mitte gebracht. Also eine Erdung ist durchaus sehr, sehr wichtig. Und das trägt dann auch zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Und die Sternengeborenen, die bringen uns ganz viel Feinfühligkeit, ganz viel Liebe und Freude. Und das sind so schöne Dinge, die wirklich das Leben hier auf der Erde uns erleichtern und schön machen. Und von daher sage ich schön, dass ihr da seid, ihr lieben Sternengeborenen. Denn ohne euch wäre es nur halb so schön auf der Erde. Auch wenn es euch schwerfällt, hier zu sein, tut ihr doch einen sehr, sehr großen Dienst. Ja, und jetzt bin ich auch schon bereit für das Channeling und ich bin schon auch ganz gespannt, was die geistige Welt sagen wird zu unseren lieben Sternengeborenen und vielleicht auch, das ist noch ein anderer Aspekt, die Sternengechwister, denn ihr seid ja nicht allein. Und die Wesen, die jetzt also alle auf einem Planeten die längste Zeit waren, nehmen wir einfach jetzt mal die Pleiaden. Wenn jetzt hier plötzlich 10, 20, 30 Menschen sind und sagen, oh ja, ich habe so eine starke Affinität zu den Pleiaden und ich habe so das Gefühl, dass das meine Heimat ist. Und alle Menschen, die jetzt dieses Gefühl haben, das sind die Sternengeschwister von dem einen Planeten. Und dann gibt es wiederum dann die anderen, zum Beispiel die Venus. Wenn man da jetzt viel Zeit auf der Venus oder die meiste Zeit auf der Venus verbracht hat, hat man auf der Venus seine Sternengeschwister. Und wie gesagt, man ist dann eher im Vergleich zu der Zeit auf der Venus oder zu der Zeit auf den Pleiaden, die Zeit auf der Erde ist viel kürzer, auch wenn das jetzt einige, einige Inkarnationen sind. Ihr wisst ja, man kann es jetzt nicht so in Zeit einteilen, weil das immer schwierig ist, wenn man mit dem Universum zutage ist. Aber im Vergleich einfach ist die Zeit auf der Erde so klein und die Zeit auf anderen Planeten so groß. Also ein großer Unterschied. Und ja, also so ist es einfach, ja, meine Lieben. Jetzt freue ich mich schon sehr auf die Botschaft für euch, ihr lieben Sternengeborenen. Und wünsche euch auch ganz viel Freude damit. Ich sprühe mich ein mit der Ursprungsessenz, weil die ist für mich ganz wichtig, weil ich in dem Moment jetzt auch, ja, meine Herkunft intensiv fühlen kann und dadurch die Energien besser zu euch leiten kann. Jetzt fließen sie schon ein. Und ich bedanke mich, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr hier seid. Und ich soll euch jetzt sagen, ihr seid alle sehr geliebt und willkommen. Und ich soll euch auch sagen, alle Sternengeborenen sind sehr geliebt von der geistlichen Welt und sehr willkommen. Und so breitet sich die Liebe um uns alle aus und berührt jeden einzelnen Menschen von uns. Und ich bitte um reine Botschaften der Liebe und des höheren Bewusstseins für uns alle und besonders für die Sternengeborenen heute. und ich bitte um Schutz für uns alle, um Schutz vor negativen Energien und ich bitte um die Reinheit der Botschaft. Und so fließt die Energie ein. Sie fließt von mir zu euch, von mir zu dir. Und es manifestiert sich die höchste Energie der Liebe. So öffne ich meinen Kanal und ich bitte um die Botschaft zur Unterstützung aller Sternengeborenen. Mit den Worten der unendlichen Liebe spreche ich zu dir. Ich bin Lumina, Lumina der goldene Engel und ich überreiche dir meine Liebe und mein Vertrauen. Ich trage eine goldene Kugel in meinen Händen und dies wird dein Geschenk sein. Doch bevor du diese Kugel von mir bekommst, möchte ich dich in ein Energiefeld hineinbringen, welches extra für die Sternengeborenen vorbereitet wurde und alle anderen Menschen, Wesen, hohen Lichter und Seelen, welche heute hier auch anwesend sind, dürfen auch in dieses Energiefeld zusammen mit uns allen hineingehen. Denn ein jeder von euch wird die Energie spüren, die Botschaft für sich erhalten, welches die Herkunft ist. So wirst du spüren können, ob du ein Sternengeborener bist oder ob du ein Lichtgeborener Mensch oder ob du ein Lichtgeborener Seele bist. Die Energien beginnen zu fließen und ein großes Feld der Erinnerung wird jetzt für dich erschaffen. ein riesengroßes Feld, es liegt vor dir und es sieht aus wie viele kleine weiße Wolken, weich und sanft, auf denen du laufen kannst oder wo du dich einfach draufsetzen kannst oder hinlegen kannst, ganz wie du willst. Nehme Kontakt mit diesen kleinen, schönen, weichen Wolken auf. Es ist wie ein großer Teppich von Wolken, der vor dir liegt und du bist eingeladen, dort Platz zu nehmen, so wie es für dich gemütlich ist. Und nun beginnen die Energien zu schwingen. Sie beginnen, dein Geschenk zu kreieren, eine goldene Kugel der Erinnerung. Diese goldene Kugel der Erinnerung überreiche ich jetzt jedem Einzelnen von euch. Diese goldene Kugel der Erinnerung wird dir helfen, Klarheit zu bekommen, Klarheit über deine Herkunft, über den Planeten, zu welchem du am meisten verbunden bist. Klarheit geben über deine Herkunft, ob du zu den Smarana-Feldern der vollkommenen Liebe gehörst oder eher als Sternengeborene hier auf der Erde bist. So nehme diese Kugel in Empfang, lasse sie in deinen Händen schweben, spüre diese Energie und ziehe sie in dein Herz hinein. Und jetzt gebe ich dir ein wenig Zeit, denn die Kugel, die Energie wird sich mit dir verbinden und alle Bilder, welche du jetzt empfängst, entsprechen der Wirklichkeit, deiner persönlichen Wahrheit. und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Genießen der Energien. Musik Tch. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese goldene Kugel, sie gehört dir. Du darfst sie mit in dein Zuhause nehmen. Sie wird dich begleiten. Und für alle Sternengeborene unter euch, sie wird dir Liebe und Kraft schenken. Sie wird es dir ermöglichen, lieber auf der Erde zu sein und dein Leben angenehmer machen. Mit großer Freude sehe ich, dass sich einige von euch erkannt haben, dass sich einige von euch erkennen durften. Die Erinnerungen wurden in eurer Seele geöffnet. Er dürft euch selbst erkennen. Du darfst erkennen, wo du herkommst und wer du bist. Alles ist möglich und alles ist, so wie du es empfindest, deine Wahrheit. Lumina zieht sich langsam zurück. Der schöne Wolkenteppich löst sich langsam auf und du kommst zurück in dein Hier und Jetzt, in deine Räumlichkeiten. Ich bedanke mich bei Lumina und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst. Ich schließe meinen Kanal und ich bin wieder für euch da. Ich soll euch noch was sagen. Und zwar ist es so, dass, ja, es war der geistigen Welt ganz wichtig, dass ich das sage. Ich versuche es zu erklären. Nachdem die Grundsubstanz der Seele entstanden ist oder von den Engeln kreiert wurde, wurde diese Grundsubstanz ja auch schon auf verschiedene Planeten geschickt, um Energien aufzunehmen. Das ist was anderes. Das gehört zum Entstehungsprozess dazu. Jetzt kann es sein, dass der eine oder der andere von diesen Entstehungsprozessbildern erhalten hat. Ein Sternengeborener geht nicht sofort auf die Erde wie die anderen, sondern er geht erstmal auf verschiedene Sterne und auf einem besonders lang. Das heißt jetzt, wenn du während der Energieübertragung dich zum Beispiel auf den Pleiaden gefühlt hast, wenn du so richtig intensiv diese Energie gespürt hast und auch das Gefühl hattest, dort lange zu sein, und es kommt dann auch noch so ein Herzensimpuls, wo du ganz genau weißt, ja, ich bin ein Sternengeborener. Also das solltet ihr beachten, wenn ihr dieses Channeling anhört, hat die geistige Welt gesagt, ich soll euch darauf aufmerksam machen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dabei jetzt erlebt habt und schreibt mir es doch bitte hier unter das Video in den Chat. Ich lese alles durch. Ich bin echt sehr gespannt, wo ihr herkommt, was ihr eben erlebt habt und welcher Planet für euch der wichtigste ist. Ja. Und dann ist schon wieder zu Ende unser schönes Treffen. Ich sage alles, alles Liebe für euch. Ich umarme euch nochmal ganz, ganz, ganz lieb und auch ein Küsschen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hab euch ganz, ganz lieb, lieb, lieb. Bis dann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020